Hi, Leute! Heute geht es darum, dass das, was ich euch sage, was ich dir sage, nicht dazu da ist, um deine Meinung zu befriedigen, deine Glaubenssätze zu bestärken, sondern dass ich dich in gewisser Weise zum Sterben bringen möchte, in gewisser Weise zu einer Neugeburt im jetzigen Leben bringen möchte. Es ist eben so, man muss das Alte loslassen. Jede Geburt ist ein Sterb. Ein Kind im Mutterleib stirbt, wenn es auf die Welt kommt. Es ist vorher sehnruhig, total geborgen in einem Meer, von Wohl im Wasser. Man kennt nur diese Welt im Mutterleib. Und irgendwann ist es aber Zeit für die Geburt. Der Geburtsprozess ist für das Baby wie ein Sterb. Es muss dann loslassen von dieser alten, bekannten und geborenen Welt und ins Unbekannte, ins Neue gehen. Und es kann Angst auslösen. Und genauso ist es, wenn man immer mehr auf die Wahrheit hört. Wahrheit tut weh in einer Welt vor Lügen. Wenn man sich so stark identifiziert hat mit Glaubenssätzen, dann achtet man nur drauf, hey, sagt der das, dieses und jenes Gutes? Und wenn es an euch nicht passt, was jemand sagt, dann ist alles plötzlich Quatsch, was der erzählt. Weil du dich so sehr mit Glaubenssätzen identifizierst und dabei geht die Wahrheitssuche verloren. Wahrheit ist es egal, was du für Glaubenssätze aufgebaut hast. Es kann dann eben auch befremdlich und angstauslösend sein, weil dadurch Glaubenssätze von dir vielleicht zerstört werden. Und davon muss man loslassen können. Man muss von dieser alten, geborenen Lage im Mutterleib loslassen können, um neu geboren zu werden, um in diese Welt reinzukommen. Genauso ist es, wenn man sich vom Bewusstsein her weiterentwickelt. Man muss bereit sein, seine Vergangenheit, die Zukunft, alles worauf, der Verstand projiziert loszulassen, sich nicht damit zu identifizieren. Verstand ist super, aber man sollte sich damit nicht identifizieren. Ein Mülleimer ist auch super im Haus, aber du solltest dich nicht mit deinem Mülleimer identifizieren und glauben, du bist nur Müll. Aber Mülleimer hat Sinn. Wir leben so in unserem Verstand drin und sind so damit identifiziert, mit diesen Glaubenssätzen, dass Wahrheit wehtut, weil es keine Rücksicht nimmt auf sowas. Wahrheit ist einfach. Und wenn du wirklich nach Wahrheit suchst, dann musst du in gewisser Weise sterben und loslassen von der Vergangenheit, von der Zukunft, von der Identifikation mit deiner Person. Und das kann ein schmerzhafter Prozess sein, aber notwendig. Enttäuschung sagt es auch so. Da hat mich jemand enttäuscht. Das ist ja schön. Das ist ein Ende der Täuschung. Wie kannst du froh sein, dass du enttäuscht wurdest? Aber nee, wir projizieren dann auf den anderen und sagen, was ist das für ein Depp? Was ist das für ein Mensch? Warum macht er sowas? Wie kann er mich so enttäuschen, statt das Geschenk da drin zu erkennen? Dieses Ende der Täuschung. Darum geht es wieder. Es muss nicht gefallen, was ich sage. Ganz im Gegenteil. Wenn es wahrscheinlich das Richtige ist, dann gefällt es dir wahrscheinlich nicht, was ich sage. Das soll einem immer wieder klar sein. Wenn man von dieser Identifikation loslässt, von dem Glaubenssatz, dann kann man von jedem lernen. Man hört einfach nur auf die Worte und man hört, ob man sich da was rausziehen kann. Da kann mir ein Nazi irgendwas erzählen. Da kann mir ein Baby irgendwas erzählen. Da kann mir ein Kleinkind irgendwas erzählen. Und ich kann das annehmen, auch wenn ich in anderen Punkten nicht mit ihm übereinstimmen muss. Und ich kann mir meins rausziehen aus allem, was lernen. Es ist wahre Entwicklung. Und dazu ist Loslassen notwendig. So wie jede Geburt und Sterben gleichzeitig ist. Macht's gut Leute. Ciao. Aber im Karten. So wie auf jeden Fall war es das Deut? Ich wär's was und so. Okay. So. 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 Bis zum nächsten Mal.